So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, RamsesderDicke, bin total müde, heute ist Pfingstmontag, als ich das Video aufnehme, da habe ich schon ein Problem, wenn das kommt, kommt das ja im Juni dann, sowieso, und dann stimmt ja das Groudon gar nicht mehr, weil Groudon ist hier in diesem Video das Maskottchen, was durch die Raidmania bestimmt wurde, aber MaxiHip hat die Raidmania im Mai gewonnen und bestimmt eigentlich das Kanal-Maskottchen für Juni, jetzt ist das ja hier aber noch gar nicht zu sehen im Video, weil ich noch gar nicht weiß, was, tut mir leid, MaxiHip, aber alle anderen Videos im Juni werden sicherlich dein Kanal-Maskottchen beinhalten, wenn ihr auch das Kanal-Maskottchen bestimmen wollt, dann macht bei der Raidmania mit und ladet mich am Mittwoch in der Raidstunde zu euren Raids ein, und wenn ihr da die meisten Punkte habt, am Ende des Monats, durch erfolgreiche Einladungen zu euren Raids in der Raidmania, in der Raidstunde 18 bis 19 Uhr am Mittwoch, dann könnt ihr das Kanal-Maskottchen bestimmen. Wer jetzt nichts verstanden hat, guckt sich einfach den Stream an von der Raidmania mal, und dann versteht ihr das Prinzip. Jetzt möchte ich aber was machen, was ich die ganze Zeit schon mit mir rumschiebe, und immer gedacht habe, ich warte, bis ich genügend habe, jetzt habe ich glaube ich genügend, und ich habe mir ein Hashtag erzeugt hier, der heißt Video, wenn ich da draufgehe, seht ihr alles das, was ihr verpasst hättet, wenn ich dieses Video jetzt gerade nicht drüber machen würde, und es geht um Shinies, wieder mal, und zwar, warum sind jetzt hier nach, das habe ich doch eigentlich nach Funddatum sortiert, so, die Shinies, die ich in letzter Zeit bekommen habe, oder getauscht habe, oder geradet habe, und deren Entwicklungen, denn bei manchen muss ich noch entwickeln für die Familien, und das ist mir immer wichtig, das mache ich ja dann immer, und da sind jetzt hier 33 Pokémon, zuletzt war natürlich hier Krypto-Mutu-Raid-Wochenende alles, da seht ihr, gab es sieben Krypto-Mutu-Raid-Raits, es gab sieben Krypto-Mutus in Shiny aus den Raids, die habt ihr vielleicht gesehen, aber wenn ich das Ganze jetzt mal hier nach Nummer sortiere, schauen wir mal. Neu war ja zum Beispiel Labras, Labras konnte man einmalig aus einer Forschung bekommen, Labras konnte Shiny sein, ist Shiny gewesen, aber nicht bei mir, sondern bei der Daniela, die mir das getauscht hat, mir das gegeben hat, sie brauchte das nicht, hat sie gemeint, Sosa & Mops, Grüße gehen raus, Dankeschön an dieses Labras, was ich jetzt in meiner Sammlung habe. Dann, die Mewtwo seht ihr, dann dasselbe hier bei der Gameforschung mit dem Elekit, auch mit dieser Schleife dran. Im Gegensatz zum Labras ist hier das Problem aber, dass man das ja entwickeln kann, jetzt bräuchte ich eigentlich noch zwei weitere von diesem Shiny Elekit mit dem Kostüm dran, wer da noch was hat und nicht braucht, kann sich gerne bei mir melden, ich habe ja auch immer coole Shinies zum Traden als Gegenstücke für eure Shinies, und da werden wir uns sicherlich einigen. Ist zwar sinnlos, weil man eh nix sieht, aber irgendwie für die Sammlung nimmt man es trotzdem mit. Danke an Bloody Tears, an Sarina für dieses Shiny. Dann, das habe ich wiederbekommen, das habe ich nämlich aus Versehen mal verschickt, das habe ich damals geradet, dann habe ich es jetzt wiederbekommen vom Dumanuman, also vom Andreas, das Zickzacks mit dem Elureta-Hut, danke auch dafür. Wo ich besonders stolz drauf war, dieses Shiny Kegleon, habe ich zwar bekommen, bei der Höhentour, bei der Höhentour bekommen, jetzt aber ohne Höhentour, normal von einem Pogestop, gibt es ja immer noch an den Pogescheiben, Kegleon zu fangen und es kann natürlich weiterhin Shiny sein, das jetzt bekommen Shiny Kegleon. Wäre für mich jetzt also frei zum Traden, da habe ich ja schon einen Sub, dass mein zweites ist, falls also jemand mal was hat, was ich brauche, könnte ich sowas wie dieses Shiny Kegleon abgeben oder auch Shiny Icognitos oder Shiny Riolu, Sachen, die die meisten halt irgendwie nützlicher finden, weil denen vielleicht egal ist, ob sie einen Elekit-Shiny haben oder einen Elekit-Shiny mit Armbande, armreif, weil man das ja eh nicht sieht. So, freuen sich manche vielleicht über Kegleon. Mantirps, gab es in dem Event neu, letztens irgendwann. Mantax habe ich als Shiny gehabt, Mantirps gab es neu, ich habe wieder mit allem gebrütet, was ich habe, auch auf den kleinen Accounts, mit den Münzen, die ich durchs tägliche Arena setzen bekomme, habe Glück gehabt, habe ein Shiny Mantirps bekommen auf einem kleinen Account, habe mir das dann rübergetauscht, mit dem Großen habe ich nicht so viel gebrütet. Freue ich mich, sieht total süß aus und mal gucken, irgendwann hat das bestimmt jeder und wird allen hinterher geworfen. So, Rotomurf ist jetzt einfach, also ist jetzt auch zu einem Event gekommen, habe ich hier ein, ja, die sind beide männlich, so wie es ausschaut und habe ich noch nicht entwickelt, ich habe zwei Stück hier auf der Hand gerade, eins davon werde ich jetzt entwickeln, damit ich auch hier die Shiny-Familie voll habe. Ich wusste sonst nicht, wie ich das mache, manchmal habe ich das auch als Short-Videos gemacht, wenn ich ein Shiny habe, dass ich das einfach im Short-Video entwickelt habe für die Familie, aber, ach, eigentlich will ich gar nicht so viele Short-Videos machen, wenn ich sehe, andere machen Short-Videos ohne Inhalt, dann sollen die das halt machen, deswegen sammle ich jetzt ein bisschen und wenn ich sowas habe, machen wir ein Pokémon-Video darüber. Und jetzt habe ich den Brettschiss, denn es ist das kleinste und das leichteste und das sieht halt total schäbig aus. Hätte ich lieber das andere genommen, das wäre bestimmt viel größer und fetter gewesen. Jetzt habe ich zwar gute WP, aber es sieht halt einfach klein und schmierig aus als Stallobor. Das ist schade, das ist schade. Naja, kann man nicht ändern. Galabafloss hat es auch ewig gedauert, noch ein zweites zu bekommen. Jetzt gucke ich mal kurz nach der Größe. 06, 05, ich muss das nehmen, aber das hat mehr. Ach, ich bleibe bei den WP einfach und werde dieses Galabafloss jetzt zu... Wie heißt das eigentlich? Karibas. Galabafloss? Hallo? Nennst du mir deinen Namen? Bruder, bitte. Karibas. Hä, das war doch sogar richtig. Karibas, 1417. Sieht halt einfach aus wie ein Ninja Turtle. Als shiny, aber sehr unspektakulär. Einfach nur dunkel. Voll dunkel. Das, das sah doch voll cool aus mit der Farbe. Wieso hat das denn die Farbe nicht übernommen und ist groß und fett geworden? Galabafloss, shiny, Karibas. Naja. Das gleiche ist ja bei Flapterix auch. Die wurden ja zur gleichen Zeit eingeführt. Hier habe ich aber schon mal eine Entwicklung vollzogen gehabt. Flapterix zu Aeropteryx. Brauche ich jetzt also nicht. Der ist auch total hektisch. Also der hat wieder Booster getrunken. Dann, was ich hier noch habe. Quabbel. Quabbel gab es ja wild. Eben das rote. Und das blaue. Das blaue gab es aber, glaube ich, nur aus Quests. Gab es das aus Quests? Ich weiß es nicht. Das rote müsste es wild gegeben haben. Das blaue gab es nicht wild. Das musstet ihr questen. Kann man aber nach wie vor... Oh, das sieht schön aus. Kann man nach wie vor auch in der GBL mal bekommen. Und hier, aus diesem extrem knallroden, wird dieses schön lila, zartfarbene Apoqualyp. Das, das sieht cool aus. Muss ich echt sagen. Bin ich jetzt mal gespannt. Wenn wir hier von, von dem blauen Quabbel... Ach, jetzt wird einfach unten schon angezeigt, wie es ausschaut oder was. Was ist das denn? Wieso entwickelt es das jetzt nicht? Das ist schade, dass wenn wir ein Apoqualyp-Shiny schon haben, dass das dann sagt, jo, shiny hat er ja schon. Das wurde im Pokédex, also wahrscheinlich beide jetzt schon angezeigt, obwohl ich nur das eine entwickelt habe. Wird grün. Richtig starkes Pfeffi-Grün. Sieht aus wie Pfeffi mit einer Schaum-Sahnenote um sich herum. Schaut mal, es sieht gar nicht mehr so aggressiv aus. Normalerweise das blaue hier, also übelst der böse Blick. Mhh, lass meinen Pfeffi in Ruhe. Und dann, uuuh, mein Pfeffi schmeckt mir auch. So, und hier, jo, ich bin so freundlich und nett. Hihi, oh, ich raste. Gut, das ist, das ist halt was Besonderes. Genesect gab es letztens auch mit seinem komischen Elektromodul. Das erste Mal, dass es shiny sein konnte, habe ich ein Shiny mitgenommen. Danach war ich mit dem Ding auch fertig. Iguana habe ich hier noch drin. Habe ich auch zwei Stück, habe ich noch nicht entwickelt. Machen wir mal jetzt, brauchen wir noch einen Sonnenstein fürs Iguana. Setz mal drauf. So, das sieht schön aus. Das leuchtet kurz. Da hat es ganz gelbe Ohren, gelben Kopf, gelbe Flügel, was auch immer das ist. Und jetzt haben wir auch hier diesen roten Bodyanzug, den er hat. Und jetzt tut sich die Vorhaut von hinten über den Kopf stülpen, sich anstrengen. Dann blitzt alles einfach auf. Also, der hat bestimmt Kopfschmerz. Sieht aber auch interessant aus. Und als allerletztes gab es ja auch die Kapus in den Raids, wo mein Ziel war, jedes einmal als shiny zu bekommen. Und mir einmal von jemand anderem dann als Glücksshiny rüber zu tauschen. So, Kaburiki haben wir hier, damit ihr es mal ohne Hintergrund seht, dann einmal auch mit Hintergrund. Und das ist vom Shenaya. Shenaya hat mir dieses Kaburiki getauscht. Kabufala haben wir einmal normal und einmal auch mit Glückshintergrund von, ich glaube, Dole Pi. Dantro 26 war es. Das ist doch, habe ich doch wieder recht gehabt. Dann war es Kabukime. Moment. Kabukime, normal, Kabukime, auch als Lucky, von Monolog. Hä? Wo hat sich der, der Dennis, Grüße gehen raus an den Dennis. Wo hat sich der, der Dole Pi verstellt? Kabutoro natürlich auch, hier schön mit dem Pflanzenhintergrund. Shiny und Glücksshiny. Dann gehen wir runter und gucken und sehen. Du Mann, oh Mann. Kein Dole Pi da. Warum habe ich jetzt Dole Pi im Kopf? Ich weiß es nicht. Dole Pi hat, glaube ich, mit mir Regieleki, aber Lucky Mirrod getradet. Das, das, das muss so passen. Jetzt gucken wir mal noch ganz kurz, wie die IV hier bei dem sind. Der hat nämlich drei Sterne. Aber nix. Wie ist es hier mit ihm? Ihr seid doch Lucky. Ihr müsst doch richtig abreisen. Auch drei Sterne. Okay. Kabutoro mit 19,43. 6,90er. Da fehlt mir nämlich ein 100er insgesamt. Und Kabukiba auch noch, das ist bestimmt das Schlechteste. Ja, hat auch 15 Angriff. Das ist also alles das, was ihr in letzter Zeit verpasst hättet, wenn ich kein Video drüber gemacht hätte. Dass ich mir schon wieder die komischen, kostümierenden Shinies ergaunert habe. Dass ich die blutigen Tiere angelockt habe. Und mir immer noch zwei Elekid Shinies fehlen. Ich sage es nochmal dazu. Wer was hat, kann sich gerne melden. Wir werden uns schon irgendwie einig. Dass ich halt dieses Superkeckleon gefangen habe. Nochmal, was ich richtig stark fand. Und was komplett hier gerade fehlt, was noch gar nicht mit dabei ist, ist Ponita. Ponita auch aus der Team Rot. Spezialforschung mit dem roten Kopf-Halstuch. Ich habe immer noch nicht alle Forschungen auf den kleinen roten Accounts fertig gemacht. Vielleicht ist da sogar noch eins drin. Ansonsten auch Aufruf an die Community. Wenn da jemand eins hat, einen Shiny bekommen hat, Ponita mit dem Halstuch und das nicht braucht, könnt ihr euch gerne melden. Ich nehme euch alles ab. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out forhaut. Euer Ramses.